schon der zweite ufo warte mal ich muss drauf kriegen ja ich hab den der punkte oben das ist ein ufo der kommt hier rüber das ist ein ufo mama guck mal bitte das ist wirklich ein ufo das fliegt ganz komisch siehst du das jetzt ist der punkt da hinten der landet irgendwo ich muss zu der anderen seite das ist im baum gelandet dahinten hast du gesehen wo wird jetzt verkehrt da da hinten im baum ist es gelandet das war blau das war blau das ist da hinten im baum gelandet jetzt Vielen Dank.